Extremismus. Ich glaube, das sind wir uns einig, oder? Könnt ihr auf euch zählen wollen? Ganz genau. Und so, das ganze Extreme an der linken Seite und das ganze Extreme an der rechten Seite, ich glaube, der nächste Song, der klebt auf. Und es ist ganz egal, solange solche Leute rumrennen, werden wir einen Song weiter und immer wieder weiterspielen.